ARD Text im Auftrag des ZDF ARD Text im Auftrag des ZDF ARD Text im Auftrag des ZDF Jojojo Leute und Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Warframe heute mit unserem Rang Up auf... Mal schauen was es wird ARD Text im Auftrag des ZDF Tenno are more than just fighters Prove your intellect by hacking these terminals Ok Ich muss Terminals hacken Das scheint mir ja ne leichte Aufgabe eigentlich Zack, mir mal Angst Das haben wir in Missionen schon tausendfach alles gemacht Ok, jetzt wird es dann wohl anspruchsvoller So So Und den hier nach Also es gibt die Bilder macht einen schon nervös Vor allem wenn es jetzt sind diese schwereren Hexen Und es ist eigentlich konzentrieren muss A formidable performance This test is now So Leute, das war's damit Ich hab' mir lieber das komplette Level 30 Hübert man mitgenommen weil ich nicht wusste was wir hier für eine Aufgabe kriegen Ich kann euch gleich im Raumschiff schon mal Bescheid geben Den Nix weil ich hab' und den jetzt ein bisschen leveln werde So dass ich euch dann in der nächsten Aufnahme vielleicht mal den Nix zeigen kann Auf jeden Fall sind wir jetzt Silbernovize Hier seht ihr wir haben jetzt auch einen Wächter Und wir haben auch einen Kubo Aber damit Leute war's das dann an der Stelle auch schon wieder Hier habt ihr noch einmal den Nix In der Ausfassung mit dem fähig gereihten Gedankenkontrolle Physische Bolzen was ich jetzt noch nicht so ganz den Sinn dahinter verstanden hab Weil die machen irgendwie kaum Schaden Äh Die Fähigkeit finde ich irgendwie ziemlich schlecht Chaos habe ich schon Die gefällt mir eigentlich ziemlich gut Weil die Gegner greifen einen da dann Fähigkeitszeit eben nicht an Sondern schießen sich teilweise sogar Gigs über den Haufen Und absorbieren habe ich leider noch nicht freigeschaltet Aber Leute ich würde sagen das kommt demnächst auch Und bis zur nächsten Folge kann ich euch da vielleicht mehr sagen Bis dahin Leute Servus und Ciao Outro